So, ein schlagartiges Ende musste ich machen, weil mir einer gestört hat. Ist der Part halt nur so 12-13 Minuten lang. Ach, ist doch nicht schlimm. Aber ihr habt die Action-reiche Szene jetzt gerade eben gesehen. Gut, weil ich wurde so schlagartig unterbrochen. Und ja, jetzt kann es weitergehen. So, Ashley... Oh ne, ich gehe jetzt erstmal nach hinten die Sachen holen. Aber es ist doch schon sehr gut, wenn man da in dieser Szene oder hier im fortgesetzten Spiel erst die Death-Szene hat. Das ist schon etwas gut. Das ist schon gut, so. Ich mit meinem Deutsch. Oh, weia. Gut. Komm, Ashley. Putt, putt, komm. Oh je. Aber ich muss ihr ja helfen. Das ist doch wieder... Nicht zu fassen, ey. Kannst du nicht einfach die Treppe nehmen? Äh, die Leiter. Nicht die Treppe, Leiter. Wait. So, damit du hier schön bleibst. Bist du ja in deinem warmen Häuschen drin. Wirklich schlecht gebaut, das Haus. Wait. Wir haben... ...die Maske voll. Da ist sie. Die Maske mit allen Edelsteinen. Und die hat, glaube ich, ihre Werte. 30.000. 20.000, 30.000. Vielleicht auch 50.000. Follow me. Wir sehen es ja. Wenn wir sie verkaufen. rein da. Was willst du denn? Wo kommst du denn, Opa? Wo willst du, Opa? Seid ihr... Seid ihr euch verabredet? Oder was macht ihr hier? Gruppen... Gruppenkuscheln? Oder was? Mensch, Mensch, Mensch. Unvoller Stero! Bitte nicht, bitte nicht. Jetzt kann ich was fällen. Jetzt muss ich das nachladen, das Gewehr. Was wollen wir denn, Opa? Wir haben das aus. Beide getroffen. Ist doch cool. Immer einen Headshot geben. Oh, das war ja leicht, das Vieh. Habe ich keine Probleme mitgehabt. Cool. Das meiste wirklich nur Geld. Bei der Munition kriegt man hier... nicht wirklich viel. Ah, okay. Da haben wir einen Zug gekriegt. Und rein hier. Gucken, wie lange dieses Kapitel geht. Wie lange ich dafür noch brauche. Ah ja, ich muss mir gleich wieder einen Raketenwerfer kaufen. Weil ihr gleich kommt, die... Ihr wisst es, glaube ich, schon. Oder ihr werdet es wissen. Willkommen! Raketenwerfer, bitte. Ne, kann ich mir da unten kaufen? Ich will select, was du verkaufst. Okay, jetzt können wir die Maske verkaufen. Erstmal hier drei Spinellen. Das ist eine wahre Summe. Okay, los. Raketenwerfer, ja? Jo. Ich glaube, ein gelbes Kraut kommt hier, ne? Wow. Wow. Dragonfly. Eine Patrone. Wow. Ach komm, wir werden nachladen hier die Waffe. Die auch. Oh Ashley, du brauchst dich nicht bücken. Du brauchst mir keinen. Äh, du brauchst dich nicht bücken. Also, halt die Klappe. Also, komm, steh auf. Komm hier mit. So. Das hört sich an, ey. Richtig ekliges Gefühl, ey. Richtig ekliges Geräusch. Sie freut sich. So, die ersten zwei wichtigen Leute zerlegt, weil, wenn ich die in der Fahrt töte, kann es manchmal produzieren, dass ich nicht drauf achte, dass links auch noch welche kommen. Rechts, meinte ich. Meinte ich eigentlich, nicht links. Alle drei. Neb's nötig. Kommt. Ach, können wir zu Sicherheit mal nachladen. Es dauert ja nicht lange. Also, da sind wieder drei, ne? Schade. Oh, schlecht von mir. Sehr schlecht. Das war der letzte. Können wir nochmal nachladen. So. Jetzt komm her. Jetzt bin ich gewappnet. Äh. Ja. Habe ich das eine Kraut vergessen? Das kann ich doch nicht verwendet haben. Das habe ich vergessen. Scheiße. Habe ich nur halt eine Halsspray. Ob ich mir zu Sicherheit noch eine Halsspray nehme. Weil da gibt's nur so ein... Rot, grünes, gelbes Kraut. Musst du kurz überlegen. Was haben wir hier? Land-Kradate. Weil ich habe lange nicht mehr gegen diesen Kerl gekämpft. Aber wir gehen jetzt erstmal hier lang. Gucken, was hier ist. Wait. Okay, klappt. Hat geklappt. Gut. So. Weil ich glaube... Ja, hier gibt's den gelben Schatz für den Bierstein. Den letzten Schatz. Och, ich hasse ihn. Verschwinde. Äh, ich habe nur Geld, ey. Man kriegt hier Geld ohne Ende. So, Bierschein ist jetzt auch voll. So. Da haben wir alle. So. Follow me. Lass uns kommen. Ach, toll. Okay. Da haben wir genug Platz, ne? Willkommen. Was kaufen wir mal? So. Was haben wir gesagt? Ah. Was haben wir gesagt? Äh. Ein Raketenwerber können wir nur. Was haben wir gesagt? Ich denke, dass ich mal hier für... ... die Schrotkette... ... so mache, weil... ... ich brauche das, ich brauche das. Kapazität ist okay. Ladegeschwindigkeit muss einmal rein. Weil ich brauche die Feuerkraft. Come back. Die hilft mir bald. Dem Kollegen. Aber erstmal schaffe ich das schon mit der Pistole. So. Let's go. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. So. Okay, die Tür geht nicht mehr auf. Hasta Luego. Okay, der wird heftig. Okay, der wird heftig. Das sieht aus, ne? Okay, so ist der schon mal zur Hälfte besiegt. Und jetzt versuchen wir ihm den Raketenwerfer zu zerlegen. Ich brauche ihn vor mir. Er muss vor mir hängen. Er muss runter. Schluss. Er ist tot. Gut. Wir haben ihn besiegt. Natürlich hätte ich ihn noch anders besiegen können, aber so ist der. Bombenmäßig ist der. Also wenn der seine zweite Form erreicht hat, der ist fast unschlagbar. Und wenn der einmal zuschlägt, dann langt der richtig. Okay, jetzt haben wir erstmal die ganzen Sachen hier rein. Ich tu halt das Glasauge. Da seht ihr, da habe ich den Raketenwerfer wieder. Also das Geld habe ich wieder. Für den Raketenwerfer. So, jetzt haben wir jetzt erstmal hier Kraut. Und noch ein paar andere Sachen. Nochmal. Pistole-Modition. Handgranate. Rotes Kraut. Da drüben ist wahrscheinlich nochmal gelb. Ja. Und grün. Das andere grüne Kraut war nochmal so zu... So zu... Äh... Einnehmen. So. Da haben wir ihn mal mit Bravour... Bleh. Mit Bravour geschlagen. So. Die letzten Sachen noch hier einsammeln. Oh, du sollst... Achso, da raus. Ups. Und rein können wir nicht mehr. Ja, mir geht's gut. So. Da haben wir ihn endlich. Den Dorfchef. Und der geht uns jetzt nicht mehr auf den Nerven. Jetzt können wir uns in die Burg begeben, die wir öfter im Hintergrund gesehen haben. Die sehen wir ja hinten im Hintergrund. Und hier da, da ist die Burg. Und ich sag euch nur eins, Leute. Die ist nicht schön. Burgen sehen ja immer sehr spektakulär aus. Machen an Einstellung, dass die Mittelalter... frische Kultur dort gelebt hat. Aber so wie die jetzt ist... Tö. Nee, nee. So. TP da annehmen. Mal gucken, ob ich die... hier ohne Sterben herkomme. Ich weiß nicht... Weil das ist alles genau... Und ich weiß. Das ist alles gut. Was ist das triste? Und ich weiß. Und ich weiß. Ich weiß. Jo, schnell passiert. Jo, perfekter Treffer. Außer zwei. Nee, doch nicht. Ich dachte. Jetzt haben wir es geschafft. Geld, Geld, Geld. Und da ist noch ein bisschen Munition. Hätte ich glatt vergessen, dass da ja noch Munition liegt. Wow. Oh, wer steht eigentlich hier? Vagel Hill. Logisch. Im Rhythmus geht. Ja. Oh, oh. Pst. On the other side of the bridge. Ja. You take that one. Okay. Ready? Come on. Ja. So, hier ist das Kapitel auch wieder beendet. Ha. Da ist der erste Death. Nein. Kann man nichts ändern. Tja. Gut. Das war es jetzt erstmal wieder. Wir sind es dann im nächsten Kapitel und im nächsten Part wieder. Äh, ja. Bis dann. Und ciao.